DigiDoodles Kochstudio. Heute gibt es Hähnchen geschnetzeltes DigiDoodle Style mit einem selbstgemachten Salat. Ob es mir geschmeckt hat, was es ungefähr pro Portion kostet und alle anderen Sachen erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war mal wieder eine längere Zubereitung. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich das alles zubereitet habe, wie die Zutaten zusammengesetzt sind. Ja, und jetzt probieren wir einfach mal. Jetzt erst mal den Salat. Das Fleisch ist heiß. Sehr heiß, aber das hat Caramba. Wie immer folgt jetzt der Speed Up. Ich versuche das aufzuessen und dann gibt es das Fazit. Los geht's. Musik In geschnitzeltes Alla Digi Doodle Style mit einem selbstgemachten Salat. Boah, mir brennt noch die Hackfresse. Es war sehr, sehr lecker. Was soll man noch anderes erwarten von selbstgemachten Essen? Wollt ihr jetzt erwarten, dass ich das runter mache? Ihr habt ja gesehen, ich habe ein bisschen Sriracha-Soße dran gemacht. Ich habe ein bisschen Curry-Gewürzketchup dran gemacht. Wir haben Curry dran gemacht. Wir haben verschiedene Gewürze dran gemacht. Ans Fleisch und so. Wir haben das mit Paprika und mit Tomaten und so eingekocht. Es war sehr, sehr lecker. Zum Preis. Der Preis pro Portion beträgt ungefähr 1,50 Euro, was ich jetzt hier auf dem Teller hatte. Denn das, was ich zubereitet habe, sind ungefähr vier Portionen und ungefähr 1,50 Euro. Da kann man nicht meckern. Oder das war es auch schon wieder. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch, bleibt gesund und einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch, bleibt gesund und einen schönen Tag. Sind sie hässlich. Niemand von hässlich. Gott, das sei edelhaft, wie betrunken Sie sind. Sie sind ja völlig besoffen, total besoffen. Sie sind ja wahnsinnig besoffen. Aber ich bin mal früh wieder nüchtern. Das war mal wieder eine längere Zubereitung, ihr habt jetzt gesehen, das hat Karamba, du. Ich versuche das auf zu essen und dann gibt es das Fazit, los gehts. Es war sehr sehr lecker, was soll man noch anderes erwarten von selbstgemachten Essen? Wollt ihr jetzt erwarten, dass ich das runter mache? Es war sehr sehr lecker. Zum Marktpreis, der Preis pro Portion beträgt ungefähr... Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!